Als wenn ihr da jetzt so hochgehen könnt. Einfach durchmarschieren. Das Glück ist mit den Tonnen, ne? Aber auch wirklich durchmarschieren, nicht mal geraten. Geht das da noch weiter? Ne, Sackgasse. Ach, das ist viel. Oh, oh, das ist ein Ako. Ich geh dafür sehen. Ei, ei, ei. Ich geh nicht. Ich geh nicht. Wo sind wir denn jetzt? Hallo? Ich weiß nicht. Ich würd sagen, wir versuchen über Eck ihn zu überspringen. Ich bin rüber. Oh, das geht so einfach? Weiß ich nicht, ob es einfach war. Warte mal, ich glaub ich hab Fridge gehört. Aber ist er nicht gestorben? Ich komm hier nicht rüber. Ich bin nicht übers Geländer gekommen. Meine Güte. Ja. Ja. Wie gut. Jetzt fliegt das Raumschiff bestimmt los. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Ich hab nur die Kassen mir gesehen. Oh, komm ey. Verarschen hier noch nicht. Ich hab ne Taschenlampe gefunden. Ja, aber jetzt kommen sie. Oh, das war mir nicht aufgeschollen. Deshalb ja diese... Oh shit, das war knapp. Ja, aber bitte. Ich glaube, da geht es aber auch nicht weiter. Ich habe nicht so viel gesehen. Ich auch nicht. Ich glaube, er ist runtergestört. Ja, fast so. Und Fire Exit ist hier. Und eine Bierkiste drüben. Ich steh nicht, ich lauf. Okay. Nee, er liegt vor der Tür. So, hier sind Bienen und wollen Bienen mitnehmen. Ich jag sie davon und du sammelst ein. Okay? Ja. Oh, die sind auf mich oder? Ah, ey. Hilfe. Nicht auf mich, nicht auf mich. Ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht. Ah. Hilfe, meine Taschenlampe, du musst sie nehmen. Ob der so wohl entkommen ist? Ich weiß nicht, ja. Also das letzte, was ich von ihm gehört habe war fast. Ja, sein Hut war nur ein richtiges. Oh, hier ist noch. Oh. Ich bin ordentlich angeschlagen, Alter. Scheiß Riffen. Ja. Ich auch. Ich habe nur das gehört. Ja, ja. Du bist doch nicht da, ist die Brücke. Die Spinne ist hier. Da, ich sehe sie. Direkt hier. Nee. Doch, das ist sie ja gegenüber. Oh. Ich gehe raus. Oder was anderes. Nein, da ist er schon. Alter. Oh ja, das Telefon. Oh, bloß das Telefon. Siehst du noch? Muss sein, dass es bei mir oben ist. Ich bin tot. Ich bin tot. weg. Toxic? Geil. Ich habe ihn angerufen. Ähm. Das waren seine letzten Worte. Ja. Ja. Ja, genau so. Ja, genau so. Ja. Oh nein, das Nest. Die haben das Nest bekommen. Oh nein. Oh nein. NIE. Oh nein, du hörst das voll. Töss nicht. Nein. Bescheid. Er kommt nicht weg. Einmal – und dann Druck. Scheiße! Scheiße! Oh was ist das? Ich bin tot! Er wird mich schütten Es ist weg! Ich glaube es ist Oh Scheiße Oha! Ist jemand hier schon rüber gesprungen? Nein Wo ist noch eine Tür? Das stimmt Ja Ich glaube er ist tot Er ist tot ja Oh Lichter Oh Wir haben nichts zu schlagen Oh nein Oh nein Ich glaube Wieso sehe ich nichts mehr? Christian hat ein Problem Das ist nur ein Bienennest Was wir holen müssen Was ist denn noch für ein Vieh? Oh mein Gott Ach du Scheiße Oh Oh Scheiße Weiter 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 Oh Scheiße Oh Tür zu Okay Hier ist ein Vieh Ja Ach Gott Oh Scheiße Ja 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 Ich bin auch mit drinne Ich glaube wir können wir abholen Boah Ja unbedingt Er hat Ternis aufzerrissen Er wurde gefressen Er wurde gefressen Er hat nichts hinterlassen Achso Das war's Ich mach auch nochmal Ah ne Komm Da hat er ihn Oh nein Du hast nur gefressen Keiner wird überleben Entschuldigung Er hat mich Drei Ich bin auch Drei Drei Drei